Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Seven Days to Die, so. Ach, da kommen wir auch rüber. Die Tour war zumindest recht verstört, ja, da gab es einiges. Wenn mich allerdings jetzt wer fragt, wohin ich das gebe, dann sage ich nur, ich weiß es nicht. Einmal über die Brücke und dann sind wir gleich daheim. So, das da ist die Händlerkäste. Oh, hat doch schon viel besser was. So. Okay, trotzdem fehlt mir eine Schachtel. Okay, nimm. Händler. Okay. Ich muss mich dann ebl zum Händler. Habe ich so das Gefühl. Oh, geht sich nicht mehr aus. Okay. Gut, mach mal Rest oben. Da kommen eigentlich Samen ran. Hat Händler. Das ist doch da bleiben. So. Das nehmen wir mit. Ab zum Händler. Vielleicht hat er eine schöne Belohnung für mich. Uah. Hi, Händler. 264. Beides. Hm. So, jetzt zeig mir den Inventor. Okay, so, was hast du jetzt, schönes Schaar? Re-Stuck-Tuck 40, ja, das dauert noch ein bisschen. Ah, Kunst des Bergbohrs. Ja, ich meine, ich hätte die Bücher dann. Ja, danke. Mann, 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 mann. Leider immer noch nicht das, was ich gesucht habe. So, nimm mal, kannst du das reparieren? Ne, so nicht. Du könntest das aber hinstellen. Oh, das schaut schon besser aus, ja. Das ist viel besser. So. So. Und look, jetzt da. Ich bräuchte oben Platz. Ich bräuchte ein paar Nägel. Da haben wir 130. Mach mir doch mal ein paar Kisten. Und dann, ich bräuchte ein paar Kisten. 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 Okay. Mhm. Okay. Okay. Hier rum. Oh. Kisten haben wir schon. Gehen die da rein, die gehen noch Gehen die hier rein, das geht auch noch Aha Da geht das und das rein Aha Das abzuteilen mit irgendwann Endlustorn So, wie geht es mir denn In da unten Hier haben wir noch, aber kein Holz Das geht mir drinnen Aha 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 Okay, whoops, so Was hätten wir noch? Hier hätten wir noch was zum Einschmelzen Hier auch Okay Muss ich Papier hätten Wir sollten oben weiter bauen Habe ich hier die Blöcke Eisendag, Munition Nägel So Wir waren irgendwo hier Wir waren irgendwo hier Und ich glaube, ich hatte ein Level-Up, oder? Einen Punkt haben wir Hm Wohl das meiste raus Erhüten Schaden Sammler mehr Örtz, okay Okay Kann ich eigentlich zu Garagen Das ist ein naturischer Baum Nee So, warten wir noch kurz Oh Oh Schöne ist, dass wir da drüben auch sehen würden. Und wenn gerade ein Zombie herum brennt. Oh, kaputt doch. Oh. 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 Zum Essen haben wir nichts mehr mit. Oh. Komm, irgendwann muss das doch einstürzen. Oh. 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 Uh-huh. Mal schauen, wie viel das aushaltet. Mal schauen, wie viel das ist. Mal schauen, wie viel das ist. Mal schauen, wie viel das ist. Machen wir das weg. Mal schauen, wie viel das ist. 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 So, es ist für den Morgen. Ich höre den Hund. Okay, na dann machen wir mal da auch noch. So, wer kriegt das Ding nicht weg hier? Das ist echt doof. So, wer ist das Ding nicht weg? So, jetzt alles fertig gewachsen wieder mal. Wir haben jetzt nichts kaputt gemacht, das ist zumindest immerhin schon mal was. Ich bräuchte das hier her. Ich denke bis hier rechts dann, genau. Gut, dann machen wir das halt so zu. 1, 2, 3, dann kommt da oben definitiv noch einer drauf. Und machen wir mal da eine Reihe. Die nächste hätte ich jetzt zwar gerne... Mist. Ich bräuchte... So... Aha, nee, komm ich jetzt nicht hin. Bitte das da. Einen daher. Einen daher. Einen bitte daher. Ja. So, aber dann kann man nicht hier keinen Eck aufhängen. Das wäre schon mal was. Natürlich haben wir die jetzt unten, das Eck haben. Komm mal, oh Gott. Wo hab ich sie hingetan? Da hab ich sie hingetan. So, hier könnten wir rein tun. Einmal, zweimal. Und dann hier noch eines. Da oben kommt zuerst einmal die Küche hin. Und zwar, hier kommen die ganzen Dosen rein. Wo ich nachher jetzt schauen muss, wo man da vielleicht was essen kann. Das weiß ich nicht. So, da kommen die fertigen Sachen rein. Da geben wir noch die Eier dazu. Und da kommen die dazu. So, rein da. Moment mal, die kommen aber nicht da rein. Okay. Und da. Endlich Platz. Gut. Sehr gut. Gut. Aber noch ein Sand. Meine Gott, den machen wir da. Kochnische. Mhm. 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 Okay. Dreckiges Wasser kommt da rein. Da kommen die fertigen Sachen rein. Der Alkohol gehört da rein. Mhm. Okay. So. Und da sind fertige Sachen. Jetzt haben wir unten schon mal zwei Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Aber, die Pilze sind fertig. Dementsprechend nicht nur die Pilze, sondern was ich hier halt so angepflanzt habe. Nope. So. Okay. So. Okay. Okay. So. So. So, eineiniger Staff. Sehr gut. Küche. Okay. Alles sortieren. So, wir haben... Boah. Wir haben da mal einen netten Grundstück. Essen. Mhm. Weil wir dann da vorne wahrscheinlich eine Türe einbauen werden. Mhm. Da brauchen wir dann eine Treppe nach oben. Das ist okay. Hier könnte man aber theoretisch schon einmal ein Lagerfeuer hinstellen. Und... Was halten wir denn von... sowas da? Genau. So. Wäre doch wunderbar. Mhm. Damit hätten wir mal das Thema Küche quasi erledigt. Mhm. 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 Puh. Quest. Quest. Ich will mal Quest machen. Aber... Ihr kennst das Spiel nicht mehr weiter. Oh Mann. So, jetzt haben wir hier zwei leere Kisten. Sondern... beim nächsten Mal. Ich sag einmal tschüss, tschapapa. Bis dahin. Munition brauchen wir unbedingt noch mit. Achso. Ich würde sagen, das reicht. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.